Wusstest du, dass deine Sexualenergie, dein sexuelles Chakra ein direktes Portal zu deiner Schöpferkraft ist? Ja, der Volksmund weiß ja, dumm, gut, aber andersrum wird irgendwie gar nicht darüber gesprochen. Das ist völlig tabu. Dieses Wissen, dass unsere Schöpferkraft in den unteren Chakren sitzt, ja in unserem sakralen Chakra, da, wo es auch darum geht, lustvoll und genießend das Leben zu erforschen und zu erfahren, mit Leichtigkeit verspielt. Ja, wenn es darum geht, deine Ideen hier aus dem Kopf in die Welt zu bringen, dann geht das über Verkörperung, übers Spüren, übers ganz in sich Ankommen. Und für viele ist das noch ein großes Geheimnis, aber ich möchte heute darüber mit dir sprechen und dir sagen, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du nicht weißt, wie geht es weiter, was ist jetzt dran, was ist für dich der nächste Step, der nächste Level, was bringt dich in Kohärenz, ja, mit deiner Seelenmission, mit deinem Herzen und wie kannst du deinen Schoßraum, ja, dafür nutzen, deine Ideen in die Welt zu bringen, erfolgreich zu sein, charismatisch zu sein und ja, mit einer spielerischen Leichtigkeit zu erschaffen. Wenn du Lust darauf hast, das tiefer zu erforschen, dann lade ich dich ein, mein Mysterie-Coaching kennenzulernen. Da geht es darum, dein Potenzial zu entfalten und wirklich das Mysterium deines Seins vollumfänglich zu erforschen, zu genießen und zu schauen, was ich wirklich daraus entfalten möchte. Ich bin Tabitha Suguna, ich bin Muse, Quantum-Sexual-Energetikerin, spirituelle Mentorin, Tantrika, Muttertrommlerin, Lebenskünstlerin. Ich bin einfach eine Frau, die es liebt, zu forschen und zu fördern und zu Tage zu bringen. Und das Leuchten in dir, deine wunderschöne Kraft, deine Fähigkeiten mit dir gemeinsam zu entdecken und ja, auf das nächste Level zu bringen, die nächste Dimension für dich zu öffnen. Klingt das spannend für dich? Dann klicke hier unter dem Video auf den Link, mach dir direkt in meinem Terminkalender ein Date mit mir aus und lass uns sprechen, was für dich jetzt dran ist, was dein nächster Step ist in dein befreites, lustvolles, erfülltes Sein.